Hallo und guten Tag zusammen. Der Schulgarten ist ein prima Ort, um eine Menge Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln mit dem Anbau von Pflanzen. Pflanzen, die gut schmecken, die die Insektenvielfalt fördern. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffpflanzen anzubauen und zwar mit dem Saatpaket Nachwachsende Rohstoffe. Hier drin enthalten sind sechs verschiedene Saaten zu verschiedenen Kulturen, Zuckerpflanzen, Faserpflanzen, Energiepflanzen, Ölpflanzen, die ihr jetzt selber anbauen könnt im Schulgarten oder auch zu Hause, im Hochbeet, in Töpfen oder einfach im Boden. Hier im Hintergrund seht ihr zum Beispiel den Flax, den Faserlein oder die wilde Malve. Auch zwei Dinge, die hiermit enthalten sind. Und ihr bekommt von uns jede Menge Tipps und Anregungen, was ihr im weiteren mit diesen Pflanzen machen könnt, wie ihr sie verwenden könnt, experimentieren könnt und weiter nutzen könnt. Das zeigen wir euch. Im Saatpaket findet man sechs verschiedene Saaten und zwar verpackt in kleinen Tütchen. Das sind die wilde Malve, der Lein, die Färberkamille, die durchwachsende Silphi, der Zuckermais und der Raps. Zu diesen Kulturen finden sich weiterhin sechs Drei-Minuten-Infos, in denen man Informationen über Herkunft, Geschichte und rohstoffliche Verwendung dieser Pflanzen findet und außerdem schließlich ein Faltblatt, in dem einige Experimente und Aktionsanleitungen sind dazu, was man denn eigentlich weiter mit diesen Pflanzen machen kann, wie man sie weiter im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts entdecken kann. Der Anbau ist ganz einfach und funktioniert prima, wie man hier in unseren Hochbeten sehen kann. Auch haben wir dadurch viele neue Besucher in den Garten locken können. Auf geht's! Noch mehr über Vielfalt und Verwendung nachwachsender Rohstoffe bieten die Schulklassenworkshops der Navatour, die hessenweit gebucht werden können. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage des LLH.